Ja, ich glaube, ich habe das ja schon, ich weiß nicht, bestimmt 50 Mal gesagt, dass ich natürlich mir wünsche, dass Levy bleibt. Ja, es ist ja grundsätzlich immer gut, wenn man Planungssicherheit hat in allen Bereichen des Lebens. So auch beim Stürmer, ich glaube ganz normal, wenn man weiß, wo es hingeht und wo es lang gehen soll und mit wem, ist es immer gut. Und von dem her würde ich mir auch wünschen, dass wir da eine Einigung erzielen. Ja, es sind komplett unterschiedliche Spielertypen, kann man nicht miteinander vergleichen. Altersmäßig, aber auch von der Art und Weise zu spielen, von der Erfahrung, das ist was ganz anderes, ganz unterschiedliche Spielertypen. Und ich habe schon früher gelernt, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, ist nicht ratsam.